Willkommen zur Glitzer-Gishy-Woppenshow! Today I'll show you a trick with my brain, with my hearing. Ich mach jetzt Augen zu und dann summe ich eine Melodie und ich erkenne die. Alle meine Entchen. Du brauchst Hindernis Hans! Kennt ihr das Problem, wenn ihr euch beim Zigarettenanzinsen die Finger verbrennt? Ich hab ne Lösung! Erst lachen, wenn das Schwein prust! Was ist gelb, sauer und kann fliegen? Eine Zitrone! Ich freu mich auf den gemeinsamen Urlaub! Das ist voll süß von dir! Gemeinsam mit meinem Wein! Schnell antworten, ohne drüber nachzudenken! Gibt es eine größere Zahl als 10.000? Gibt es eine größere Zahl als 100.000? Gibt es eine größere Zahl als 100 Millionen? Gibt es eine größere Zahl als 100 Billionen? Gibt es eine größere Zahl als 100 Trilliarden? Gibt es einen größeren Idioten als dich? Aha! Sehr interessant, du Idiot! Bums, Bums, Corona, brauch ich nicht, hopsasa! Bums, Bums, Corona, brauch ich nicht, hopsasa! Bums, Bums, Corona, brauch ich nicht, hopsasa! Ja, kann ich doch! Ja, kann ich doch! Ja, kann ich doch! Ja, du kannst nicht immer so viel lachen! Ja, kann ich doch! Ja, kann ich doch! Ja, kann ich doch! Immer freitags, ab 16 Uhr! Eine neue Folge der Glitzer-Gishi-Wochen-Show!